Guten Morgen! Herzlich willkommen! Unsere zwei neuen Mitschüler, die da wären unser Mitschüler Stefan Zierke, parlamentarischer Staatssekretär. Herzlich willkommen! Unsere Mitschüler, die da ist von Seitenstarten. Wie muss und soll ein kinderfreundliches Internet aussehen? Man kann im Internet Videos gucken. Also man kann Bilder ins Internet setzen. Bilder ins Internet setzen, also Bilder teilen, Inhalte teilen. Lernen! Lernen! Ja, lernen! Ich habe gehört, ihr habt ein ganz besonderes Hausaufgabenheft erstellt. Wer hat das von euch? Also da haben wir Wünsche reingeschrieben und Forderungen. Kannst du eine mal vorlesen? Alle Grundschulkinder brauchen ein neues Unterrichtsfach Informatik. Und wir bitten ihnen, dass sie dieses Hausaufgabenheft, Frau Dr. Wiefeld weiterleiten. Das mache ich. Und eine große Bitte haben wir noch und zwar, dass sie die Kinderrechte ins Grundgesetz bringen. Auch das werden wir hoffentlich in dieser Legislaturperiode schaffen. Super! Dankeschön! Vielen Dank! Applaus